Mit diesem Trend hast du garantiert den Durchblick. An dem extrem facettenreichen Spitzenlook kommt man diesen Sommer kaum vorbei. Nachdem du deinen Naturnagel wie gewohnt vorbereitet und verlängert hast, trägst du eine Schicht Yulifin Laveni Grundiergel Ultra Bond auf. Das braucht nur 60 Sekunden im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät zum Durchhärten. Für den zartnatürlichen Farbton trägst du jetzt eine Schicht Fiberglasgel Rosé auf und härtest auch dieses aus. Jetzt modellierst du deinen Aufbau mit dem klaren Fiberglasgel. Härte ihn aus, entferne die Schwitzschicht und feile ihn in Form. Wenn du unter dem Tattoo eine dünne Schicht Fiberglasgel aufträgst, kannst du das besonders leicht zurechtlegen. Schneide dein Wunschmotiv aus dem Yulifin Ombre Tattoo Nummer 1 aus und lege es kurz in einem Wasserbad ein. Wenn es sich von der Trägerfolie gelöst hat, positionierst du es auf dem Nagel. Jetzt kannst du es mit nur einer Schicht Yulifin Laveni Versiegelungsgel mit UV-Schutz fixieren und versiegeln. Nur noch ein letztes Mal aushärten lassen. Die Schwitzschicht entfernst du mit etwas Glossy Cleaner. Und schon ist dein Design mit Durchblick fertig. Wie gefällt dir der softe Sommerlook? Probier es doch einfach mal aus. Bis bald, deine Mary. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.